Moin, was geht, EXO hier. Heute reden wir über Call of Duty 2023. Bis jetzt war ja mal die Rede davon, dass wir ein riesengroßes kostenpflichtiges DLC bekommen für Modern Warfare 2 statt einem Premium Call of Duty. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Wir bekommen jetzt stattdessen ein Jahr mal wieder ein Call of Duty. Schade, ich persönlich hätte gerne mal ein Jahr Ruhe gehabt und hätte den Entwicklern auch mal ein Jahr Pause gegönnt, dass sie sich dann nochmal ein bisschen mehr in das zukünftige Call of Duty reinfuchsen können, weil nächstes Jahr bzw. 2024 ist ja eigentlich Treyarch am Start. Und dieses Jahr übernimmt es Sledgehammer Games. Natürlich übernimmt es Sledgehammer Games nicht ganz allein. Momentan ist das ja bei Call of Duty so, dass jedes Entwicklerstudio irgendeinen Modi macht oder irgendwo weiterhilft. Da haben wir noch andere Studios im Hintergrund wie beispielsweise Highmoon, die auch die Ashika Island Karte gemacht haben. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Köche und ja, viele Köche verderbende Brei könnte man da sagen. Nun ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben ein Release-Datum, wir haben die Beta-Wochenenden und den Kampagnenvorabzugriff. Den werden wir wieder natürlich bekommen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das steht außer Frage. Das hatte ich ja beim letzten Call of Duty schon sehr stark gefeiert, weil es ist nun mal so, Call of Duty ist ein Multiplayer-Game. Und wenn die Kampagne bzw. Kampagne und Multiplayerzeit gleich rauskommt, dann wollen natürlich alle in den Multiplayer rein. Und so kann man eine Woche vorher schon, ja, ganz schön entspannt die Kampagne zocken. Das feiere ich auf jeden Fall. Gut. Release-Date ist der 10. November 2023 und am 2. November 2023 beginnt der Early Access. Also heißt Singleplayer vorab eine Woche, wie man es kennt, in dem Falle 8 Tage, ist wie gesagt eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und die Beta-Daten haben wir auch schon vom 6. bis zum 10. Oktober 2023, Playstation-Only. Und vom 12. bis zum 16. Oktober das ganze Open-Beta für alle Plattformen. Ja, und wie bei einem Call of Duty ist die Beta mal wieder natürlich viel zu spät. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass sie eine Beta im Juli oder August machen. Mach doch eine im Juli und August und dann machst du vielleicht noch eine im September oder im Oktober. Weil es ist nun mal so, dass nicht mal ein Monat ist es ja, da können die Entwickler kaum was dran ändern. Also das ist ja wirklich Schwachsinn. Das ist einfach nur so ein kleiner Pre-Order-Bonus. Und ich persönlich muss sagen, wenn man schon die Zusammenhänge erkennt, dann weiß man schon, wo die Reise hingehen soll. Nämlich bekommen wir kein Premium-DLC mehr, sondern das wird jetzt einfach in MW3 oder in einem MW-Ableger einfach mit reingepackt. Das heißt, der Premium-DLC, daraus wird jetzt einfach ein ganz neues Call of Duty mit einer eigenen Story gemacht. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir es wirklich mit MW3 zu tun haben. Wenn dann eher so eine kleine Side-Story oder ich sag mal zwischen MW19 und MW2. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich jetzt schon MW3 bringen. Vor allem, es ist kaum Zeit. Und wenn wir uns mal die Kampagne von MW2 angucken, das ist ja wirklich phänomenal, was sie da aufgefahren haben. Also die hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und das würde für mich, wie gesagt, gar keinen Sinn machen. Sledgehammer Games ist natürlich auch ein Entwicklerstudio, die jetzt erst Vanguard gemacht haben und jetzt wieder sozusagen als Hauptstudio da jetzt auch wieder mit dran rumfummeln. Ich persönlich bin der ganzen Sache sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ich hätte es, wie gesagt, gefeiert, wenn wir mal ein Jahr Pause gehabt hätten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, warum macht Call of Duty das? Ja, weil MW2 und Warzone 2 wirklich nicht gut ankommt. MW2, die Verkaufszahlen, die waren wirklich sehr, sehr hoch. Aber so schnell gingen die Zahlen auch wieder runter. Also die gehen immer weiter runter. Keiner hat wirklich mehr Bock auf die Games, weil es ist nun mal auch so, dass, ja, sie hören nicht auf die Community. Nach der Beta haben sie gesagt, nee, wir wollen das so und so machen. Sie haben drauf geschissen und das ist jetzt natürlich die Quittung für die. Und sie möchten natürlich schnell aus dieses Loch raus, weil Call of Duty da wieder hin soll, beziehungsweise Warzone 2. Multiplayer ist sowieso eine Nebensache von Call of Duty. Das hatten wir ja schon im letzten Video geklärt. Da kommt ja kaum Content. Aber Call of Duty möchte mit Sicherheit wieder den Stand haben, den sie mit Warzone 1 so und mit Black Ops Cold War Zeitlinie hatten. Da war das Game ja wirklich unnormal im Hype. Und das haben sie sich, muss man ganz offen und ehrlich sagen, komplett verbaut mit Warzone 2. Da war Warzone 1 wirklich einzigartig und sie haben was Neues versucht. Das kann ja jeder gut und schlecht finden. Aber es ist nun mal so, dass es bei der großen allgemeinen Casual-Spielerschaft nicht gut ankommt. Weil sonst wäre ja Warzone 2 immer noch im Hype und das ist es definitiv nicht. Ich persönlich bin auf die Season 2 gespannt und dann werden wir mal weitersehen, was uns das Ganze noch bringen wird. Also ich sage euch jetzt ganz ehrlich, wenn die Season 2 nicht ballert mit diesen ganzen Änderungen, Wenn dann nicht Warzone 2 aus diesem Loch rauskommt, dann wird das wirklich sehr, sehr schwer, dass Call of Duty wieder an Relevanz gewinnt. Ich sehe da momentan sehr, sehr stark schwarz. Multiplayer wird wie gesagt vernachlässigt. Kaum Content, kaum Gameplay-Updates. Time to Kill immer noch nicht verändert im Multiplayer. Obwohl dies zwingend nötig ist. Auch die ganzen Waffen sind immer noch unbalanced. Da gibt es Akimbo-Pistolen. Die machen dich innerhalb von einer Millisekunde weg. Also sie müssen an diesen Scheiß-Spielen arbeiten. Ich verstehe es nicht. MW2 hat so viel Potenzial, gleiches für Warzone 2. Phänomenal gutes Potenzial. Das Fundament ist so gut, aber sie machen einfach nichts. Ich finde es so schade. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Call of Duty 2023 in die Kommentare. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.